Noch kannst du es dir anders überlegen. Auf gar keinen Fall. Fühlt sich wirklich gut an, muss ich sagen, weil es sich für die Hochzeit wirklich viel Mühe gegeben ist. Es wurde auch was Besonderes gemacht. Es gibt so ein paar kleine Details, die es woanders halt nicht gibt. Und ja, ich hoffe, dass das dann auch so gut ankommt, wie wir das jetzt auch finden. Das ist so jetzt schon. Klappt. Ungelobbt. Ich finde das Thema Zirkus gut gewählt, weil das ist sehr unkonventionell, sage ich jetzt mal. Das habe ich so noch nie gesehen und auch noch nie gehört. Und ich finde es super umgesetzt. Ich finde es total cool mit dieser Manege, mit diesem Kreis in der Mitte. Und ja, mega. Liebes Hochzeitspaar. Sie wollen sich heute und unbedingt heute ein Versprechen geben. Na dann frage ich Sie doch jetzt, Tobias Erlinger. Ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Boris Saalfeld die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Das, das, was hier darf, finde ich großartig. Ich finde das sehr mutig und toll, es zu zeigen. Ich hatte auch immer eher so das Gefühl, ob man da nicht irgendwie Hemmungen hat, sowas zu zeigen. Insofern finde ich das einen sehr wichtigen und sehr schlüssigen Schritt. Und ich finde das wahnsinnig schön. Es wird doch eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Ich finde das großartig. Ich finde das so großartig, dass ich sogar die passenden Schuhe mit habe. Boris, go! Für mich ist das irgendwie wie Weihnachten. Also wenn man jetzt irgendwie die ganze Familie wieder sieht. Und das sind ja doch sehr enge Freundschaften entstanden in den letzten Monaten. Und ich vermisse auch die Stimme wahnsinnig. Ich bin aber mit denen auch privat sehr eng. Also für mich ist es ein schönes Comeback. Ich weiß noch, wie meine Hochzeit gedreht wurde, wie nervös und angespannt ich war. Und jetzt ist es natürlich für mich so, ich bin dabei. Der Fokus ist natürlich auf Flo und Max. Und ich kann mich da ganz entspannt dazusetzen und mitmachen und Spaß haben. Für Christoph wird der Tag, an dem Boris und Tobias heiraten, eine Achterbahnfahrt werden. Er wird sich über einiges klar und legt da einen gewissen steinigen Weg in kürzester Zeit zurück. Und es findet eine Annäherung statt, die Christoph einiges kostet, aber die ihn auch wirklich die Liebe zu seinem Sohn erfahren lässt. Ich hatte meine ganz eigene Vorstellung, wie das Leben meines Sohnes sein sollte. Und durch diese Engstirnigkeit hätte ich ihn fast verloren. Klar, der Abschied von Max und vor allem, muss ich sagen, von Flo. Weil wir haben ja fast gleichzeitig hier angefangen. Das sind anderthalb Jahre. Wirklich tolle Zusammenarbeit gewesen. Ich habe den Kerl sehr in mein Herz geschlossen, muss ich wirklich sagen. Der Max ist auch prima, aber wir hatten einfach wirklich Vater-Sohn wirklich viele sehr emotionale Dinge zu spielen. Und sind uns dadurch auch menschlich sehr nahe gekommen, haben uns gut kennengelernt. Und manchmal habe ich auch fast das Gefühl, dass es ein bisschen so ein Vater-Sohn-Verhältnis geworden ist. Und ja, ich weiß jetzt schon, dass er mir sehr fehlen wird. Einerseits ist es natürlich wahnsinnig schade, dass die Zeit hier vorbeigeht. Das war eine tolle Zeit. Das war, ich meine, wir haben jetzt über neun Monate diese Beziehung gespielt. Und dass man jetzt so ein großes Finale hat, ist natürlich sehr schön. Und andererseits freut man sich natürlich auch auf die Zeit, wenn man mal wieder ein bisschen mehr frei hat. Natürlich ein großes, großes, großes Danke für den Support, dass ihr hinter uns gestanden habt. Und diesen Rollen und diesem Thema vor allem, was so wichtig ist und immer wichtiger wird. Oder wichtiger wird, dass es halt eben nicht so eine Wichtigkeit bekommt, die unnötig ist. Und danke, danke dafür und dass ihr diesen Rollen uns die Chance gegeben habt, euch diese Geschichte nahe zu bringen.